Hallo ihr Lieben, ich habe als Wochenkarte die Liebenden gezogen und das ist ganz, ganz, ganz klar. Eine Entscheidungskarte, ja. Es geht da um die Frage im Paradies, beiße ich in den Apfel? Beiße ich in den Apfel oder tue ich es lieber nicht? Folge ich der Versuchung oder tue ich es lieber nicht? Und wenn ich es mache, kann ich mit den Konsequenzen leben? Und genau die Fragen sollt ihr euch in der nächsten Woche stellen, ja. Ja, wenn wir das mal ranzoomen, das klassische Bild, ich blende das einfach mal hier ein, dann seht ihr ganz klar an der Körperhaltung der beiden, dass sie innehalten, so mit den Händen, ja. Man sieht es ganz, ganz klar, dass sie innehalten und auch der Blick ist so, hm, was mache ich? Die überlegen. Man sieht definitiv wieder die Rauchwolkensteilung, wie die am Überlegen sind, so kurz bevor sie handeln, nachdenken, ja. Und das ist so ein bisschen die Message der Karte, ja. Wege deine Entscheidungen und ihre Auswirkungen sehr gut ab. Und dann entscheide dich und dann stehe dazu. Also das Thema bewusste, bewusste willentliche Entscheidung, ja. Das ist das Thema für die nächste Woche. Ich wünsche euch viel Erfolg.